Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 22. Juni 2022. Ihr hört Geek Talk Daily 1214. Heute mit den folgenden Themen Paramouth Plus, Ulysses, Captcha, Machtposition, BASF, Zuckerberg, Targo Bank, Cloudflare und Google TV. Ich starte zuallererst mit Paramouth Plus. Ja, es gibt noch nicht genügend Streaming-Dienste auf diesem Planeten. Zumindest ihr in Deutschland oben im Norden dürft auf Netflix, Disney Plus, Prime Video, Peacock, Apple TV Plus und weitere zugreifen. Wir in der Schweiz haben zum Beispiel kein Peacock, dafür Sky Show und dann noch Schweizer eigene Geschichten wie das, Ach, wie heisst es nochmal, Swiss Plus, dieses schöne Rote. Ich mag es, aber den Namen habe ich gerade nicht beraten. Also, auf jeden Fall, wer noch nicht genug hat, ab Dezember 2022 kann zumindest in Deutschland auch darauf zugegriffen werden. Paramouth Plus soll über 9000 Videostunden drin haben. Was ist da so mit drin? Diverse Originals, wie gewisse Star-Trek-Formate. Bei Comedy sind es Frasier und Guilty Party etc. Dann gibt es Flashdance, A-Lo, Landman, Love Story, halt so Dramatisches. Bei den Kinderninhalten ist es Avatar und weitere Geschichten. Reality ist Big Brother, das Live-Feed. Allein für das muss man sich das fast gönnen. Und dann gibt es auch diverse Musik-Formate, mein Wecker geht schon mal, Behind the Music, MTV, Unplugged etc. Es gibt ein paar Sportkanäle und das Ganze, spannend klingt, gibt es ab 7,99 Euro. Das ist wirklich attraktiv, vor allem da es auch gewisse Kinofilme, also die neueste Kinofilme von Paramouth Plus, circa eineinhalb Monate nach dem Kinostart direkt auch damit drin gibt. In Deutschland ist es so, dass Kunden von Sky, zumindest diejenigen, die das Entertainment-Paket haben, Paramouth Plus kostenlos mit dazubekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Dienst in die Schweiz und vielleicht auch zu euch nach Österreich kommt. Ulysses, ich hoffe ich spreche es richtig aus, ist eine ganz geniale Möglichkeit, um Texte zu verfassen, ohne sich ablenken lassen von all dem, was so rundherum ist. Das ist eine Software, die ich mir seit kurzem wieder genauer anschaue und der Grund ist einfacher. Sie haben die WordPress REST API angezapft und damit ist die Möglichkeit gegeben, einfacher das Ganze nachher in Richtung seinem WordPress-Blog zu posten. Ich werde nächstes Mal darüber berichten, weshalb ich heute darüber berichte, ist, die neue Version 27 ist draussen und die unterstützt jetzt Tabellen. Tabellen, die man einfach mit reinnehmen kann, die nachher auch sich exportieren lassen, aber die man auch einfach reinkopieren oder reinmachen kann in sein Dokument. Ich finde es praktisch, ich weiss noch nicht, ob ich es bebrauche, weil ich in WordPress selber drin andere Möglichkeiten habe, mit dem Plugin andere Möglichkeiten habe, zum Tabellen einbinden. Aber für kleine Geschichten ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und es gibt auch noch ein paar andere kleine Dinge, die man gefext hat. Also wer Olysses nutzt, unbedingt auf die nächste Version gehen. Dann gibt es Neuigkeiten zu iOS 16, macOS Ventura. Die kommt ja erst im Oktober, wahrscheinlich September irgendwann rundherum. Also im Herbst, sagen wir es mal so grosszügig. Was ist da noch mit drin? Jetzt weiss man, dass die Captchas Geschichte sind. Da bietet Apple eine eigene Schnittstelle, eine Möglichkeit an, mit einem sogenannten Replace Captcha with Private Access Token, die Möglichkeit zu geben, dass Apple, das Device, das Computer, also den Computer, den ihr nutzt, das iPhone, das iPad, automatisch dem jeweiligen übergibt, dass da eben ein Mensch dahinter ist und nicht irgendein Bot. Und die Secure Enclave auf eurem jeweiligen Prozess stellt mit dem Zertifikat darauf die Möglichkeit, dass das Ganze funktioniert. Und es ist, mit Punkto Datenschutz, wie immer bei Apple, auch so gegeben, dass eben nicht auf euch zurückzuführen ist. Dann prüft das Bundeskartellamt aktuell Google Maps und ob die ihre Machposition ausnutzen. Es geht vor allem darum, dass Google in der Suche, aber auch mit Karteneinbindungen, Einblendungen etc. anscheinend ein Monopol hat. Was heisst anscheinend? Ich glaube, jeder, der es mal genutzt hat oder irgendwo im Netz unterwegs war, hat nie etwas anderes gesehen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das funktionieren wird, wie das durchkommen wird. Es ist nicht das Einzige, was gegen Google hängen ist, auch nicht das Einzige nach Google, was gehängt wird, sondern auch Apple, Amazon, Meta, Facebook etc. sind aktuell starken Prüfungen unterstellt. Und da werden wir garantiert in der nächsten Zeit noch das eine oder andere hören. BASF, das deutsche Unternehmen, das Chemieunternehmen, das will eine neue Fabrik aufbauen. Weshalb machen sie das? Für Batterie-Recycling. Es wird in Zukunft viel mehr Batterien geben, vor allem aus Elektrofahrzeugen, aber auch aus vielen anderen Geräten. Und darin hat es die sogenannten wichtigen Metalle, die schwarzen, ach, wie heissen die Dinger jetzt schon wieder? Ach, mir fehlt der Fachbegriff. Aber auf jeden Fall, das wird ausgebaut und dann schlussendlich logischerweise wieder recycelt oder weitergenutzt. Es lohnt sich also, die schwarze Masse, jetzt habe ich es in grossen Mengen, aus alten Batterien oder angebrauchten Batterien rauszuholen und dann wieder zu verwenden. Der liebe Herr Zuckerberg, Marc Zuckerberg von Facebook, ich nenne den neuen Firmennamen immer noch nicht, ich weigere mich, Facebook, 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 genau. So, genügend meiner privaten Geschichten. Er hat diverse VR-Headsets gezeigt. VR-Headsets, wie sie aktuell so bei Ihnen in der Entwicklung sind. Und jetzt eben, Entwicklung. Jetzt muss ich kurz ausholen, ich habe ja schon vor der WWDC gesagt, wir werden kein Apple-Headset sehen, weil das, was wir wollen, würden, tun können, mit so einer Brülle, ist aktuell noch nicht möglich. Aktuell von der technischen Seite, aktuell von der Hardware-Seite, aktuell von der Grundlage. Aber da arbeitet Apple ja schon seit Jahren darauf hin. Auch in dieser WWDC haben sie vieles gezeigt, wo das Ganze hingehen wird. Aber in kurz gesagt, eben, es ist noch nicht so weit und deshalb haben wir da auch nichts gesehen. Zuckerberg meint jetzt ein bisschen nachdoppeln zu müssen, respektiv zu zeigen, ja, aber wir können das. Ja, was hat er gezeigt? Drei ugly Modelle, die sich überbieten an, es ist zwar spannend von der technischen Seite, aber ich als normaler Mensch will mir das nie auf den Kopf packen. Bis hin zu einem vierten Modell, das in einer Konzeptphase ist, was dünner ausfällt und einfacher, aber halt auch immer noch ein richtiger Klopper. Es schaut aus wie die Brille von meinem Grossvater früher. Diese, wie hat man immer so schön gesagt, Flaschenböden, auch das Teil mit den Lüftern oben drauf. Es ist halt, ja, Zuckerberg ist halt ein Geek, es ist halt ein Nerd und der bastelt ein bisschen und zeigt, woran er Freude hat. Aber es ist nichts, wo wir in nächster Zeit, glaube ich, schon was sehen werden. Weitere Neuigkeiten gibt es für alle Nutzer der Targo Bank in Deutschland. Die startet nun endlich auch mit Google Pay. Anscheinend sind auch noch andere mobile Bezahltdienste mit dabei. Wer also Kunde von da ist und jetzt endlich aufsteigen kann, tut es, denn es ist praktisch, gemütlich und einfach und praktisch und nochmals praktisch. Genau. Heute oder weiss ich gerade, gestern, morgen, aber auch über den ganzen Tag noch verteilt, hatte Cloudflare-Störungen. Cloudflare habt ihr vielleicht noch nie gehört. Muss auch nicht sein. Das ist ein Dienstleister, der Möglichkeiten, APIs, Anbindungen bietet, damit Webseiten, die weltweit ausgespielt werden, überall genügend Power haben und schnell genug erreichbar sind. Und das hatte Probleme, also der Dienstleister hatte Probleme, weshalb dann eben auch gewisse Dienste oder Seiten ein bisschen rumgezickt haben. Sollte sich bis heute Morgen früh wieder gebessert haben. Ansonsten werden wir sicherlich wieder darüber berichten. Und zu guter Letzt oder zweitletzt noch die Apple, die Apple, genau, die Google TV mit der Chromecast mit Google TV, so rum. Das Teilchen hat ja ein schönes Update bekommen oder angekündigt bekommen. Jetzt wird endlich ausgerollt die Nutzerprofile. Endlich kann man mehrere Nutzer auf diesem Chrome-Stick hinterlegen und dann auch gezielt eben die einzelne Person bespielen mit deren, ihren Inhalten. Und zu guter Letzt habe ich euch noch auf dem geektalk.ch-Podcast, auf dem Mutterformat dieses Podcasts, ein Interview, das ich euch gerne ans Herz legen möchte. Da habe ich mit dem Markus Schwab, dem CEO von You, gesprochen, über den ihr Produktmöglichkeiten und auch generell Tipps und Geschichten rund um Anlegen, Kartengebrauch, im Ausland, aber auch im Inland etc. Also wer mag, gerne mal vorbeihören. Ansonsten euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns wie immer bald schon wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.